Erst feuert Ninho de Angelo gegen Familie Reim, dann rudert er plötzlich wieder zurück. Was Marie Reim und Mama Michelle wohl dazu sagen, was ist denn da in ihnen gefahren? Mit einer fiesen Attacke auf Marie, 24, die Tochter von Matthias Reim, 66, und Sängerin Michelle, 52, hat Ninho de Angelo, 60, sich voll in die Nesseln gesetzt. Aus völlig banalem Anlass geht er auf die ganze Reimfamilie los und pöbelt, ihr habt doch einen an der Waffel, die ganze Reimfamilie anscheinend. Ninho musste sich entschuldigen, ob er wohl gerade mal jenseits von Eden war, als er das von sich gab, der Auslöser für den Ausraster. Marie hatte im Internet ein Foto veröffentlicht, das sie ganz verschmust mit ihrem neuen Freund Alex zeigt. Was Ninho zum Wutausbruch trieb, war allein der Umstand, dass Maries Neuer seiner Meinung nach eine verblüffende Ähnlichkeit mit Michelles jungen Verlobten Eric Filippi, 27, hat. Und dass also Tochter und Mutter wohl einen ähnlichen Geschmack haben bei den Männern. Vielleicht sollte Ninos Attacke ja auch eine Anspielung darauf sein, dass Michelle schon mal ihrer Tochter den Freund ausgespannt haben soll? Wenn dies der Fall wäre, dann wäre das von Ninho richtig fies. Das soll passiert sein, das war nicht schön. Aber das ist vergeben und vergessen und braucht nicht wieder aufgewühlt zu werden. Maries Reaktion auf Ninos Ausbruch war jedenfalls sehr souverän. Verteilt Liebe auf der Welt. Fokussiert euch auf das, was euch weiterbringt, nicht auf das, was ihr nicht mögt, antwortete sie. Und das scheint bei Ninho angekommen zu sein. Er ruderte zurück. Der Kommentar sei witzig gemeint gewesen. Es tue ihm leid, dass sein Humor nicht richtig herübergekommen sei. Dann entschuldige ich mich jetzt hiermit. Ich mag Marie unheimlich gern und ihre Mutter Michelle auch. Auf jeden Fall sollte Ninho jetzt erstmal kleine Brötchen backen und nicht gleich loslegen, wenn ihm etwas nicht passt.